Ja, check nicht, dass ich hier bin. So, das neue Update ist da und damit auch die Schattenbombe. Da wird man anscheinend für eine bestimmte Zeit unsichtbar. Dann hier der neue Shop, es gibt eine neue Hacke und eine neue Skin. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Und ich sehe gerade rechts oben, mein Crater-Code wurde entfernt, weil der halt immer nach 14 Tagen entfernt wird. Also ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Crater-Code eintragen würdet. A-R-E-N-F-N, dann annehmen. Und wie gesagt, der wird immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, falls ihr mich eintragt, schaut immer mal nach, ob der oben noch da steht. Und ja, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt ein bisschen Solo und schaue mal, ob ich die neue Schattenbombe finde. Los geht's. So. Oh. Das sind die. Das sind die Granaten. Das ging schnell mit ihm. Hier, Schattenbombe. Das hat mir einen guten AID gegeben. So, ich halte mich jetzt erstmal. Also ich habe gesehen, die wirkt 6 Sekunden, bis man dann wieder sichtbar ist. Also die hat auf jeden Fall kein Fadenkreuz. L2. L2. Hä? Der war komplett One-Shot. So, wo sind Gegner? Wo könnte ich die benutzen? Ah, da vorne. Ich gehe jetzt mal. So. oder im keller glaube ich Ah ne Wow die waren alle One-Shot. Im Pleasant ist denk ich mal keiner mehr. Ich gehe einfach mal weiter zu den Rifts da vorne. Alter was ist denn da bei The Block. Alter was ist das denn da? Oh da unten zwei Gegner. Er checkt nicht dass ich hier bin. Er hat nicht gecheckt dass ich da bin. Oh mein Gott. Alter wie heftig ist die Granate. Der dachte einfach ich wäre noch oben. Dabei stand ich einfach neben ihm. Ah noch mehr. Nice. Warum ist hier einer geriftet? Ah. Er spielt Double Granatenwerfer? Ich konnte nichts machen. Wer spielt bitte noch Doppelkanatenwerfer? Ah. Der wollte sich grad unsichtbar machen. Der ist schon wieder am Anfang. Also die Granate ist zu gell. Hat er grad aus Versehen getanzt? Drauf. 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 Easy. Was? 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 Seine Fallen haben sich aber echt gelohnt. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, wie er richtig auf Safe Wind spielt. Das war's für heute. Das war's für heute.